Ja, das Problem ist halt, wenn ich aufnehme, ich würde es dann auch gerne hochladen dann. Aber ich kann den Sound halt nicht rausschneiden, wisst ihr, was ich meine? Egal, scheiße, wir machen uns einfach einen entspannten, ohne Musik. Aber das ist jetzt halt die Frage, irgendwas wollte ich jetzt gucken, aber ich weiß nicht was. Damn! Damn, Bruder. Einfache Welt. Ich hätte die Steuerung ein bisschen vergessen, Lul. Egal, scheiß drauf. Fällt mir gleich wieder ein. Ah, der Dragon sieht aber auch echt schmackhaft aus, ne? Guck mal, wie fresh der aussieht. God damn. So würde ich gerne in Real Life aussehen. Ash ist erstes. Das sieht halt schon ziemlich heftig aus, ne? Ja, du kleiner Peach. Peach. Damn. Der Crit schmeckt. Was meinst du mit gleich? Ja, wenn du das schon gesehen hast, dann kannst du mir ja sagen, ob hier... God damn! Ob das hier soweit alles gleich ist, weißt du? Ach, Dega, deine Mom. Warum bin ich so lahm, Alter? Piss, Alter. Nein, nein! Nein, nein! Ach, come on, man. Dega! Triggerst du mich gerade? Was ist das? Warum bin ich so trash? Was soll der Rip-Off hier? Scheiß auf den Dolch, Digger. Lass mir das scheiß dicke, fette Speer nehmen. Bayblade, Bayblade, let it rip. Let's fight in an epic battle. Digga, oha! Bruder. What the fuck? Was war das gerade für ein Drogenjunkie-Scheiß? Zip. Auf der Seite, Affe. Hm. Hm, hm, hm. Ah! Fuck! Warum mache ich wieder solche Dinge? Warum passieren mir wieder solche Sachen, die nicht passieren sollten? What's poppin', Jimbo? Na, lol, Digger, beiseite. Keck. Cool. Ah, verdammt, Scheiße. Er kriegt halt richtige Bomben vom Gruselabi. Zurecht auch an der Stelle. Damn, der Dolch, der ballert. Soviel zum Thema Kurzschwert. Tjokuzel, meine Freunde. Ein Hochaufmich-First-Try. Wer hätte das gedacht? Puh. Das sieht alles so dark und verschollen aus. Was war das? Digger, du bist so ein Affen-Arsch. Respektlos. Weniger reden, meine gute Frau. Mehr Level. Ich hab zwei Vitality, what the fuck. Was für ein Rip-Off. Ist die Frage, ob ich einfach so Trick-17 mäßig noch den Baum-Sprung machen kann. Wisst ihr, was ich meine? Auf Dark Souls 3 Experience-Mod hier. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. What? Was war das für ein Bug? Come on, man. Irre. Einfach der ehrenvolle Boss. Guckt euch mal diesen, äh, Schwert-Trottel an. Der denkt auch, ich würde jetzt da runtergehen, nicht mit den Boxen, Digga. Ist nämlich parried. Wannabe, Alter, wirklich. Meint ihr, die haben irgendein? Meint ihr, die haben da irgendwas verändert? Meint ihr das? Denkt ihr das? Das ist... Ich schwöre auf alles. Das ist mir noch nie passiert. Ich bin da noch nie runtergefallen. Noch nie. Jetzt einfach nur aus irrenloser Basis, einfach nur zu zeigen, dass der krass ist, wo es jetzt da runterrutscht, wie so ein... Möchtiger Pinata, Alter. God damn, man. Ich bin einfach... Ich bin einfach hart, Digga. Einfach ein gemachter Mann. Auf ehrenlos eingelehnt, auf jeden Fall. Ruhe. Okay. Nein, ich wollte... Ach, ich wollte nur diesen... diesen Möchtigen Katana-Mann zeigen, was abgeht. Ich muss wieder zurück. Los! Beiseite, Pesos. Oh, shit. Ring of Sacrifice. Ah, ehrenlos. Damn. Das Aussehen ist schon... echt wild. Muss ich echt sagen. Ach, Opa. Was soll der Scheiß? Wer von euch will mich hier verarschen? Lol, Digga. Der will ja anders runtergekickt werden, der Bruder hier. Durch den Mann. Der ist richtig verzweifelt. Oh, what the fuck. Ich dachte, ich hätte einen Kick drauf, Digga. Mach dir einen Backflip. Imagine. Ich wurde gerippt. Okay, sieht so aus, müsste man alles neu erkunden, weil... ...sein Kopf richtig gechoppt. Was anscheinend neue Sachen gibt. Wenn es neue Sachen gibt, dann ist das was Gutes. Was? Was? Wer bist du denn? Auf ehrenloser angelehnt hier. Oh. Oh, god damn. Macht der Damage. Du ehrenloser. Bin ich tot? Nein, ich lebe noch. Uh, uh, der One-HP. Ah. Ich habe mir die Hände gebrochen. Pech mit deinem Schild, Mann. Digga, was ist mit dir nicht korrekt? Gib mal Rücken. Gib mal Rücken. Oh, shit. Ehrenlos an der Stelle. Dammit. Was ist das für ein Alter? Wo kommt der jetzt her? Mit seinem scheiß Hellbade. Digga. Hört der mal diese andere Defense an. Ich mag voll nicht seine Geschwindigkeit, womit er sich bewegt. Okay, also. Zwei, drei Backstabs noch und dann ist der Junge Geschichte. Ah, ehrenloser. Weg von der Wand, Mann. Tja. Einfach. Oh. Red Tear Stone Ring. Steht wieder nichts. Doch, ich habe was. Sag euch ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock auf Damage. Auf extra Damage. Mach so irgendwie so gar keinen Sinn, so. Krieg ich mehr Schaden, Digga, für fünf mehr Leben, Alter. Was soll ich mit Intelligenz? Ich bin eh dumm wie scheiße. Ich bin eh dumm wie scheiße.